Arganöl ist ein wertvolles und vielseitiges Öl, das aus den Früchten des Arganbaums gewonnen wird, der in den trockenen Regionen Marokkos beheimatet ist. Seit Jahrhunderten wird es in Marokko für seine vielfältigen gesundheitlichen und kosmetischen Vorteile geschätzt. Heute erfreut sich Arganöl weltweit großer Beliebtheit und wird sowohl in der Küche als auch in der Kosmetikindustrie verwendet. In diesem Video werden wir uns ausführlich mit den Inhaltsstoffen und der Wirkung von Arganöl auf den menschlichen Körper befassen und herausfinden, warum Arganöl doch nicht so ein Wundermittel ist, wie es behauptet wird. Kommen wir aber erst nun zu den Vorteilen von Arganöl. Arganöl zeichnet sich durch eine einzigartige Zusammensetzung von Nährstoffen aus, die es zu einem wertvollen Öl für die Gesundheit und Schönheit macht. Es enthält eine hohe Konzentration an ungesättigten Fettsäuren, darunter Linolsäure Omega 6 und Ölsäure Omega 9. Diese essentiellen Fettsäuren sind für den menschlichen Körper von entscheidender Bedeutung, da sie wichtige Funktionen im Stoffwechsel und in der Zellstruktur erfüllen. Darüber hinaus enthält Arganöl reichlich Vitamin E, ein starkes Antioxidant, das freie Radikale bekämpft und die Zellen vor oxidativem Stress schützt. Radikale sind instabile Moleküle, die Zellschäden verursachen können und mit verschiedenen chronischen Erkrankungen in Verbindung gebracht werden. Durch den Verzehr von Arganöl kann der Körper besser gegen oxidativen Stress geschützt werden. Auch spielt Vitamin E eine wichtige Rolle bei der Erhaltung einer gesunden Haut und fördert das Haarwachstum. Arganöl enthält auch Phytosterole, die dazu beitragen können, den Cholesterinspiegel im Blut zu senken und so das Risiko von Herzkreislauferkrankungen zu reduzieren. Zusätzlich enthält es Triterpene, die entzündungshemmende Eigenschaften haben und somit bei entzündlichen Erkrankungen im Körper von Nutzen sein können. Diese genannten Vorteile treffen jedoch nicht nur auf Arganöl zu. Arganöl enthält tatsächlich einen hohen Anteil an ungesättigten Fettsäuren, was jedoch bei den meisten pflanzlichen Ölen der Fall ist. Es wird behauptet, dass der Gehalt an Linol und Ölsäure im Vergleich zu Olivenöl höher ist, was größtenteils korrekt ist. Allerdings wird bei der Ölsäure übertrieben, da Olivenöl tatsächlich einen höheren Anteil dieser gesunden Fettsäure aufweist. Für eine umfassende ernährungsphysiologische Bewertung eines Öls sind diese Informationen jedoch nicht ausreichend. Insbesondere die mehrfach ungesättigten Fettsäuren müssen genauer betrachtet werden und Arganöl schneidet in diesem Aspekt nicht optimal ab. Es enthält einen erheblichen Überschuss an Linolsäure und einen zu geringen Anteil an Alpha-Linolensäure. Weitere Anpreisungen beziehen sich auf den angeblich unvergleichlich hohen Gehalt von 620 mg pro kg an antioxidativ wirksamen Substanzen in Arganöl. Die aufgeführten Zahlen mögen zwar stimmen, aber sie werden bewusst irreführend mit anderen Ölen, zum Beispiel Olivenöl, das 320 mg pro Liter Antioxidantien enthält, verglichen. Arganöl wird als reich an Vitamin E dargestellt, aber im Vergleich zu Weizenkaimöl, das 1950 mg pro kg enthält, ist es eigentlich geringer. Auch ist der Flavonoid-Gehalt mit 56 mg pro kg ebenfalls irrelevant, da ein Glas Rotwein beispielsweise mehrere hundert mg pro kg Flavonoide enthält. Arganöl hat zweifellos in den letzten Jahren aufgrund seiner vielfältigen gesundheitlichen und kosmetischen Vorteile viel Aufmerksamkeit erhalten. Ein großer Teil dieses Hypes kann auf Marketingbemühungen zurückgeführt werden, da Hersteller und Verkäufer von Arganöl die positiven Eigenschaften des Öls hervorheben, um es als einzigartiges und wertvolles Produkt zu präsentieren. Darüber hinaus spielt auch die begrenzte Verfügbarkeit von Arganöl eine Rolle in seinem Hype. Der Arganbaum ist in den trockenen Regionen Marokkos beheimatet, und die traditionelle Herstellung von Arganöl ist eine aufwendige Prozedur, die von Hand durchgeführt wird. Dies führt zu höheren Kosten und einem begrenzten Angebot, was die Exklusivität und den Wert des Öls erhöht. Den Preis von rund 100 Euro pro Liter zu bezahlen ist in unseren Augen jedoch völlig übertrieben und nicht nötig. Vielen Dank fürs Zuschauen! Falls Sie weitere interessante, wissenschaftliche Videos nicht verpassen möchten, abonnieren Sie unseren Kanal und aktivieren Sie die Glocke. Bis zum nächsten Mal!